Ach, ganz bittere Nummer hier für den SV Werder in Frankfurt bei der Eintracht. Da sieht das lange Zeit richtig, ja gut, bis ordentlich aus. Werder macht hier ein echt gutes Spiel gegen das Team, das vorher Tabellendritter war, jetzt Tabellenzweiter ist. Fünf Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, also sowas wie der heiße Scheiß gerade im Moment ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und einige hatten ja echt befürchtet, dass das hier eine richtige Reise für die Bremer geben könnte. Aber nee, am Anfang, klar, zehn Minuten, da sah das vielleicht nicht ganz so gut aus. Aber dann hat Werder sich echt gefangen, hat ein richtig, richtig ordentliches Auswärtsspiel gemacht und am Ende ist es diese eine blöde Szene kurz vor der Pause, die tatsächlich über Sieg und Niederlage entscheidet. Ja, wir haben Clemens Fritz gerade eben gefragt, ob Werder vielleicht tatsächlich dieses eine Tor dann eben einfach nur schlechter ist, als es die Eintracht ist und man deswegen eben nicht da steht, wo die Eintracht gerade steht. Da hat Clemens Fritz gesagt, naja, das Gleiche könnte man auch die Kieler vor zwei Wochen fragen, da war es eben auch nur ein Tor. Trotzdem, Werder hat eben hier richtig lange richtig gut performt und deswegen waren die Spieler natürlich auch hinten raus maßlos enttäuscht. Marco Friedl sagte auch, na verdammt, das Ding haben wir uns selber reingelegt. Ole Werner sagte, wir hatten ja eigentlich die Möglichkeiten, wir haben eine gute Partie gezeigt. Es gab jetzt nur diesen einen richtigen Hochkaräter hinten raus von Mitch Weiser mit der Kopfballchance, die Kevin Trapp wirklich sehr, sehr gut hält. Und vorher gab es halt diese Ansätze, die gut gefallen haben. Aber dann am Strafraum, da hat es dann eben doch mitunter gehakt und das war echt ärgerlich. Da hat auch Ole Werner gesagt, da müssen wir einfach ein bisschen zielstrebiger sein. Da müssen wir energischer abschließen. Er kann nicht garantieren, hat er gesagt, dass jeder Ball auch gleich drin ist. Aber er hätte zumindest gerne gesehen, wie er raufgeflogen wäre. Aber da sind dann die Bremer, ich will nicht sagen, in Schönheit gestorben. Aber bevor dann eben der Abschluss gesucht wurde, wurde noch mal quergelegt, noch mal geguckt, noch mal die Verantwortung weitergeschoben. Und dann, ja, dann war diese Chance eben verpufft. Exemplarisch beispielsweise Derrick Köhne in der ersten Hälfte, eine echt gute Chance nach Leistung oder nach einer schönen Flanke des ohnehin sehr, sehr starken Mitchell Weiser, wie ich finde. Und dann dauert es einfach viel, viel zu lange. Auch Marco Gröhl möchte ich mal erwähnen, hat richtig gut gespielt, vielleicht die beste Partie gemacht, seitdem er bei Werder unter Vertrag ist. Also da können wir uns auch auf jemanden freuen, der jetzt so langsam mit Anlaufzeit in der Bundesliga angekommen ist. Aber unter dem Strich steht eben natürlich diese 0 zu 1 Niederlage, weil Werder kurz vor der Pause sich einmal hat, ja, überrumpeln lassen. Da ist eine Szene, die man eigentlich im Mittelfeld schon hätte lösen können. Und dann geht es dann doch auf das Bremer Tor zu Miloš Veljković, verliert den entscheidenden Zweikampf. Und Senelin ist viel zu weit weg von Mario Götze. Ja, genau, eben wieder Mario Götze, der WM-Torschütze von 2014, zum achten Mal in seiner Karriere jetzt schon gegen Werder getroffen. Also absolut sowas wie ein Lieblingsgegner von ihm. Und damit natürlich große Partystimmung. Seine hundertste Partie hier für Frankfurt. Frankfurt eben auf Tabellenplatz zwei gesprungen. Dino Topmöller, der Trainer, hatte auch noch Geburtstag. Also ja, da gab es hier jede Menge zu feiern. Man hört es auch, glaube ich, noch im Hintergrund. Aber auch die Bremer, die werden sich jetzt ein bisschen schütteln. Die werden sich jetzt sammeln. Und dann werden die, glaube ich, in zwei Tagen erkennen, dass sie eben doch richtig viel gut gemacht haben gegen den Tabellenzweiten. Das darf man eben nicht vergessen. Die Frankfurter haben eine absolute Offensivpower. Auch Marco Friedl hat gerade eben gesagt, das ist schon ziemlich hart gegen die Jungs zu verteidigen. Die bringen Tempo mit. Die haben individuelle Klasse. Und da hat Werder sich wirklich lange Zeit ordentlich präsentiert. Es fehlen eben noch ein paar Dinge, damit es dann noch wirklich richtig perfekt laufen kann, hier bei einem Auswärtsspiel in Frankfurt. Vielleicht ja auch mal die Standards. Ich habe schon wieder gehört, über Marvin Duxch wurde eifrig gemeckert. Auch ich fand ihn heute, was seine Standards anging, nicht ganz so stark. Habe ich gerade eben mal bei Ole Werner nachgefragt, ob das nicht mal eine Überlegung wäre, da jetzt auch mal Romano Schmid schießen zu lassen. Schließlich hat er unter anderem bei der Nationalmannschaft ja auch bewiesen, dass er es kann. Ole Werner hat gesagt, ja, das ist eine grundsätzliche Überlegung. Hat aber auch Marvin Duxch in Schutz genommen und hat gesagt, nee, wenn man sieht, wo die Bälle runtergekommen sind, dann lag es nicht unbedingt an den Ecken. Sondern wir müssen da insgesamt präsenter, zielstrebiger sein. Die Abnahmemöglichkeiten wären da gewesen. Er sagte auch, sie haben jetzt im Moment halt nicht die größte Mannschaft. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es sind halt nicht die klassischen Kopfball-Ungeheuer da. Also er hat die Schuld nicht auf die Schultern von Marvin Duxch gelegt und gesagt, da müssen die Standards besser werden, sondern eher gesagt, dass die Abnehmer da fehlen. Schauen wir mal. Also es bleibt noch immer auf jeden Fall was zu tun bei den Bremerern. Aber nichtsdestotrotz darf man, glaube ich, eben auch mit dieser Erkenntnis nach Hause fahren, dass mal ein 1 zu 0 in Frankfurt eigentlich ganz okay ist. Aber es ist eben auch irgendwie die Definition von bitter. Macht euch trotzdem ein schönes Wochenende. Wir düsen jetzt auch schnellstmöglich nach Hause. Ist auch verdammt kalt hier. Bleibt gesund und respektvoll.